BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Damals waren alle am Limit und überfordert mit dieser Situation, weil überall sind die Bäume umgefallen, egal ob es oben im Schwarzwollen war oder unten im Rheintal. Aber jeder hat mit den Mitteln, die er konnte, persönlich, fachlich oder auch technisch, hat einen Traktor da geholt oder eine Kette und sonst was, man hat sich gemeinsam geholfen. Und das Zusammenhalten auch im Alltag, auch die Zeit füreinander zu haben, um zu kennen, wo wer welche Hilfe vielleicht vom anderen gebrauchen könnte, das sollte wieder viel, viel mehr werden. Bis zu 35.000 Entscheidungen trifft ein erwachsener Mensch pro Tag. Die meisten davon sind eher lapidar. Toast oder Müsli zum Frühstück? Zuerst den rechten oder den linken Socken? Netflix oder doch mal wieder ein gutes Buch lesen? Andere Entscheidungen bereiten mehr Kopfzerbrechen. Man steht unter Zeitdruck, trägt Verantwortung. In Extremfällen geht es sogar um Leben oder Tod. Für meinen heutigen Gast ist der Extremfall zum Alltag geworden. Christian Emrich ist 40 Jahre alt, kommt aus Schwanau in der Ortenau und arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei der Feuerwehr. Zuerst ehrenamtlich in seinem Heimatort, dann als Rettungsingenieur bei der Feuerwehr München, wo er unter anderem die Einsatzkräfte rund um die Fußball-EM oder während der Corona-Pandemie gemanagt hat. In diesem Jahr ist er als Fachbereichsleiter für Feuerwehr und Rettungsdienst beim Regierungspräsidium Freiburg in seine südbadische Heimat zurückgekehrt. Seine jahrelange Einsatzerfahrung hat er nun in einem Buch zusammengetragen. Wie trifft man also die richtigen Entscheidungen, wenn es schnell gehen muss? Wie geht man mit Druck um, wenn man in der Verantwortung steht? Und lässt sich ein gutes Bauchgefühl eigentlich trainieren? Das und mehr erzählt mir Christian Emrich in dieser Episode von BZ am Ohr. Mein Name ist David Baldysiak, ich bin Journalist bei der Badischen Zeitung. Herr Emrich, unser Thema heute sind Entscheidungen und deswegen habe ich ein kleines Spiel für Sie vorbereitet, bei dem Sie sich bitte ganz schnell und ganz spontan für eine von zwei Optionen entscheiden müssen. Sehr gerne. Alpen oder Schwarzwald? Alpen. Handball oder Radsport? Harte Frage. Radsport. Schreibtisch oder Einsatzfahrzeug? Einsatzfahrzeug. Und Bauchgefühl oder Methodik? Bauchgefühl mit Methodik. Gut. Es ist nicht allzu lange her, dass Sie selbst vor einer größeren Entscheidung standen. Sie sind aus München zurück nach Freiburg gekehrt, in Ihre südbadische Heimat. Wie lief diese Entscheidung ab? Die Entscheidung lief relativ schnell ab, muss man sagen, da die Option war überhaupt nicht geplant für uns. Dann war sie plötzlich da, lag auf der Hand und dann muss es ganz schnell gehen, dass bis Weihnachten die Entscheidung steht oder nicht steht. Und jetzt mit Kinderfamilie natürlich nicht nur einmal abgewogen, sondern drei-, vierfach, um wirklich den Schritt ganz bewusst zu machen und sich zu freuen, zurück in die Heimat zu dürfen und die Erfahrung der Großstadt mitzubringen. Das heißt, die Entscheidung hat aber doch ein bisschen länger gedauert als acht Minuten, oder? Ja, aber wir sind schon mal durch. Ich glaube, mehr wie acht Wochen waren es nicht. Ja, zu den acht Minuten. Sie haben ein Buch geschrieben, die Acht-Minuten-Entscheidungsmethode. Und man fragt sich ja, warum genau acht Minuten? Wie kommt man auf diese Zahl? Die acht Minuten sind genau die Zeit, die in der Leitstelle zur Verfügung stehen, wenn Einsatzkräfte zu einem kritischen Einsatz alarmiert werden und man diese Zeit abwarten kann oder nutzen kann. Und wenn man die acht Minuten nutzt in der Einsatzpraxis, dann hat man genau die Themen auf der Hand, die passieren können, die vielleicht im schlimmsten Fall passieren können oder im besten Fall. Und wenn man das in der Gruppe mit erfahrenen und weniger erfahrenen, alten wie jungen Kolleginnen oder Kollegen durchspricht, vier, fünf Leuten, dann hat man wirklich alles auf der Hand und würde der Worst-Case eintreten, ist alles völlig entspannt, in Anführungszeichen, weil klar ist, wer was in welchem Fall zu tun hat und welche Maßnahmen ausgelöst werden. Sie erklären es in Ihrem Buch, was in diesen acht Minuten passieren muss. Wenn Sie es jetzt kurz zusammenfassen müssten, was sind die Schritte, die in diesen acht Minuten stattfinden? Sofort mit der Problemanalyse starten, aber auch ganz fokussiert, keine Lösungen denken, einfach nur die Probleme, Themen, die sich um ein Thema drehen. Kurz aufschreiben auf einer Flipchart, Whiteboard, Blattpapier, auch für sich selber. Und dann das Ziel festlegen, was sind die ein, zwei Ziele, die man braucht. Und noch schwieriger, aber fast noch wichtiger, die Nicht-Ziele. Was will man denn nicht oder was grenzt man komplett aus, um wirklich Ressourcen für die Zielsetzung zu haben? Und dann kommt der Zeitstrahl und die Prognose von dem besten Fall, der jetzt eintreten könnte, dem wahrscheinlichsten und dem schlechtesten Fall. Und dann, welche Maßnahmen stecken da dahinter? Sie sprechen vom Best-Case und vom Worst-Case, also vom besten Fall, der eintreten kann oder vom schlechtesten. Sie haben jetzt jahrelange Erfahrung bei der Feuerwehr gesammelt. Wie sehen da die Best-Cases und die Worst-Cases aus? Das kommt auf die Situation drauf an. In den Einsatzszenarien ist der schlechteste Fall das, wo ich das größte Risiko für die Einsatzkräfte habe, das höchste Gefahrenpotenzial und die meisten Mittel oder die höchste Komplexität habe, Dinge zu kombinieren. Weil ich vielleicht sehr viel Rettungsdienst und Hilfsorganisationen brauche, plus Feuerwehr, plus THW, plus Kliniken, plus öffentliche Hand, Sicherheit und Ordnung, unterschiedlichste Gefahrenlagen. Und im besten Fall ist vielleicht draußen gar nichts. Digital ist aber schon eine Lage angegangen. Ich muss eigentlich nur Öffentlichkeitsarbeit betreiben und sagen, dass nichts ist. Weil wenn ich es nicht sage, dann kommt die Gerüchteküche und die feuert bekanntlich richtig durch, wenn es mal blöd läuft und dann habe ich plötzlich eine Lage, obwohl ich nichts war. Weil digital die Informationen so schnell durchlaufen. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Sie sprechen gerade schon von der Lage. Darum geht es in Ihrem Buch auch ziemlich zentral, würde ich sagen, immer vor die Lage zu kommen. Vielleicht für alle, die sich da noch nicht so auskennen. Was ist denn genau eine Lage? Eine Lage in der Feuerwehrsprache ist eine Situation, eine Einsatzsituation. Und ich kann eine Einsatzsituation bekommen, stehe plötzlich vor einem Berg und denke, what, wie kann denn das hier passieren? Aber jetzt muss man nach vorne blicken und das Ding lösen, die Gefahren abwehren für die Bürgerinnen und Bürger, für die Umwelt oder auch für einfach Sachwertschutz. Und das ist ganz wichtig, einfach dann ganz nach vorne zu blicken, geradeaus durch. Und das Geradlinie geht einfach viel, viel besser. Wenn ich ein klares Ziel habe und nicht Ziel habe, um welchen Leitplan gesetzt zu haben, um in die richtige Richtung zu gehen. Alle gemeinsam und jeder mit der Expertise, die er beisteuern kann. Können Sie sich noch in Ihre erste Lage erinnern? Der Sturm Lothar war einer der größten Einsätze, wo ich als ganz, ganz junger Feuerwehrmann dabei war, hier in der Heimatregion. Und das war schon eine beeindruckende Lage, mit der Perspektive, die ich damals haben durfte. Mittlerweile haben Sie einige andere Großereignisse mitgemacht. Sie haben unter anderem die Einsatzkräfte in München koordiniert während der Corona-Pandemie oder auch jetzt während der EM im Sommer. Wie kann ich mir das vorstellen? So im Vergleich zu Ihrer ersten Lage, Sturm Lothar, haben Sie inzwischen durch Ihre Erfahrungen so ein Bauchgefühl gewonnen, wo Sie eigentlich gar nichts mehr umhauen kann? Da habe ich zwei Antworten drauf, weil einmal, wenn man, also sehr, sehr gute Fragestellung, wenn man diesen Transfer macht, hat sich eigentlich nichts verändert und es ist genau die Mentalität, die Feuerwehr ausmacht. Damals waren alle am Limit und überfordert mit dieser Situation, weil überall sind die Bäume umgefallen, egal ob es oben im Schwarzwollen war oder unten im Rheintal. Aber jeder hat mit den Mitteln, die er konnte, persönlich, fachlich oder auch technisch, hat einen Traktor da geholt oder eine Kette und sonst was. Man hat sich gemeinsam geholfen, in engem Zusammenspiel auch mit der Bevölkerung. Und wenn man das auf heute transportiert, sind wir so ein bisschen wieder zurück, dass man sich auch bewusst ist, in Situationen zu kommen, wo wir alle gemeinsam helfen müssen. Und wir hätten insbesondere die Ukraine-Situation mit den vielen Flüchtlingen niemals so gut durchbekommen, wenn nicht die vielen Spontanhelfenden gut koordiniert eingesetzt hätten werden können mit ihrer Sprachexpertise, mit medizinischem Hintergrund. Denn die Einsatzkräfte waren durch die lange Dauer einfach auch nicht in der Anzahl da. Das heißt nicht, dass es zu wenig gibt, sondern die Lage war einfach so groß und so schnell, dass man durch das Potenzial der Bevölkerung sehr, sehr dosiert und gezielt arbeiten konnte. Und das ist schon, wenn man so nachdenkt, damals Anfang 2000er, beziehungsweise 1999, der Lothar, und wie da alle zusammengepackt haben, wie ich es als junger Erwachsener oder Endjugendlicher erleben durfte. Das ist das, was auch dann einfach dieses gemeinschaftliche Teamdenken ausmacht und dann auch in den Sport hinein Team führt zum Erfolg. Nur im Team kann ich Dinge erreichen, die ich erreichen kann. Das ist eine spannende Frage und aber genau die Brücke dorthin. Okay, wenn wir schon vom Sport brechen. Sie haben das Buch gemeinsam mit einem Sportler geschrieben, nämlich mit dem Handball-Weltmeister Dominik Klein. Wie kam das zustande? Das kommt so zustande, dass Dominik und ich sehr, sehr lange inzwischen und sehr eng befreundet sind. Vor über zehn Jahren schon gesagt haben, sollte es uns beide mal nach München verschlagen, dann müssen wir was machen. Das ist mir persönlich wichtig, um den Transfer zu zeigen. Klar kann ich sehr gut die Profi-Feuerwehrbrille bringen, wie auch die Ehrenamtsbrille, wie ich selber in der Feuerwehrwelt aufwachsen durfte. Gleichzeitig aber hat der Spitzensport, mit dem ich genauso aufwachsen durfte, recht klare Spielregeln. Und du spielst im Normalfall, wie du trainierst. Du hast auf dem Spielfeld verschiedene Situationen, in denen man Sofortentscheidungen treffen muss, aber auch die strategisch meistens vorbereitet sind. Und deswegen bringt es für mich auf den Punkt für die Feuerwehren, wie wir trainieren müssen, um die Spitzenleistung dann zu bringen, wenn das Spiel kommt. Und wir wissen auch nicht, wann es kommt und ob es kommt und ob ich auf diesem Fahrzeug in der Position bin. Wenn ich aber für diese Position vorgesehen bin, dann muss ich fit sein. Und das muss ich im Team, fachlich und taktisch können. Denn sonst kann ich auf dem Spielfeld Einsatz bei uns Feuerwehren nicht die Leistung bringen, die es braucht, um sicher durch den Einsatz zu kommen oder Menschenleben zu retten. Egal, ob auf dem Spielfeld oder während dem Einsatz oder in ganz anderen Situationen. Ganz wichtig ist ja, dass keine Hektik ausbricht. Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch anhand eines Beispiels. Ich finde es immer extrem eindrucksvoll, wenn man so ein Band sieht. Man weiß von den Leistungszahlen, das ist die effektivste, fehlerloseste und schnellste Produktion von Automobilen, die es je gab. Wenn man alte Filme sieht, wie früher die ersten Produktionsstraßen hektisch unterwegs waren und wie viele Fehler dort passiert sind, dann liegt es einfach auf der Hand, ruhig und klar strukturiert vorzugehen. Die Arbeitsplanung, die inzwischen in der Industrie selbstverständlich ist, egal ob jetzt in der Großindustrie, in Konzernen oder im Mittelstand. Man macht sich die Gedanken vor der Situation, vor der Lage und reagiert dann oder muss nur noch auf kleine Nuancen reagieren, die einfach passieren im Alltag, weil sie passieren aus materiellen Gründen, aus Lieferengpässen, welche Herausforderungen der Alltag bringt. Er bringt genug Herausforderungen, das wissen wir alle. Die werden immer schneller. Und deswegen halte ich das für so ein plakatives Beispiel. Volle Pulle, ganz gemütlich, um ruhig und gezielt mit klarer Zielsetzung einmal mehr vorzugehen und damit sich auch sicher zu fühlen und nicht in dieser volantil unsicheren Welt sich mehr Sorgen zu machen, sondern zu entscheiden, Schritt für Schritt zu gehen und realistische Ziele sich zu stecken. Jetzt geht es ja in Ihrem Beruf natürlich oft aber um ein bisschen mehr, als ob jetzt eine Schraube falsch gezogen wird oder so. Es geht teilweise um Leben und Tod. Sie sind in der Feuerwehr, Sie sind mittlerweile auch für Rettungskräfte zuständig. Spüren Sie eigentlich den Druck noch? Den Druck spüre ich. Und das sind die Situationen, wenn für mich Crunch-Time ist. Die spielentscheidende Phase und jetzt muss es funktionieren. Jetzt muss jedes Rädchen ineinander laufen oder wir müssen Lösungen entwickeln. Die gab es so noch nie, weil diese Kombination oder Komplexität einer Situation muss gelöst werden. Und das ist dann, wenn ich wirklich voll auf 100 Prozent bin und auch Spieltag. Und so schlimm die Situation ist, innerlich mit Freude die Verantwortung übernehmen, bei allem Respekt vor der Situation, aber durch die Freude und das Positive herangehen, die Lösung suchen und entwickeln zu wollen, gemeinsam mit der Teamleistung und Mensch und Maschine optimal zu kombinieren, das ist das, was mir richtig Spaß macht und deswegen auch A, die Herausforderung ist, aber B, auch das, was einfach das Salz in der Suppe ist in dem ganzen Job. Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn so ein Einsatz, der ja wahrscheinlich mit viel Adrenalin verbunden ist, teilweise mit vielen Stresssituationen, wenn der dann vorbei ist? Also man muss ja dann irgendwie auch wieder runterkommen. Wie läuft das bei Ihnen ab? Das ist auch analog zum Sport oder Spitzensport. In den Extremsituationen müssen die Hormone wieder umgebaut werden. Das geht am besten in meinem Fall, aber auch ein biologisch, durch entsprechende Bewegungen. Da sind wir auch wieder beim Thema. Und über die körperliche Fitness hat man ja teilweise weniger Hormonausstöße oder hat sie schneller wieder abgebaut, gerade die Stresshormone. Und deswegen ist es so elementar wichtig, auch einfach die Grundfitness jederzeit da zu haben, weil wir wissen nicht, wann das Spiel kommt oder in welcher Kategorie wir spielen zwischen Kreisklasse und Champions League mit internationaler Reichweite bei extremen Ereignissen. Sie treffen ja sozusagen Entscheidungen am laufenden Band, haben deswegen auch dieses Buch geschrieben. Aber was ist denn, wenn man sich mal falsch entscheidet? Das kann passieren und das ist völlig in Ordnung, wenn man erkennt, dass man falsch entschieden hat und dann auch die Richtung wieder so anpasst, dass es funktioniert, weil die Rahmenbedingungen ändern sich. Und es ist kein Fehler, Fehler zu machen. Das Schlechteste, was man tun kann, ist Fehler zu machen und es weder zu merken noch zu korrigieren. Und ich finde das ganz wichtig in der Fehlerkultur, die oft fehlt, gerade bei uns in der Gesellschaft. Das ist schade, weil wir könnten deutlich besser sein und deutlich positiver durchs Leben gehen bei allen Situationen, die sich momentan entwickelt oder in den letzten Jahren entwickelt haben. Aber wenn man den Fehler erkennt, dann muss man agil vorgehen, wird man in der Wirtschaft sagen, schnell die Kreise drehen, immer wieder wiederholen, was habe ich eigentlich für Informationen, was ist mein Ziel, was ist nicht Ziel und wo geht es hin. Und dann kann es auch weitergehen. Deswegen ist es völlig okay, Fehler zu machen, möglichst nur einmal jeden Fehler. Und dann hat man auch eine super Lernkurve für sich selbst oder für die Situation. Sie beschreiben auch Ihre heikelsten Einsatzsituationen. Einmal wurden Sie da ins Theater gerufen. Was war da los? Eigentlich richtig cool. Hinterher kann man jetzt drüber lachen. Das war Spieltag pur, weil das kennt man. So durfte ich aufwachsen in der Arena, Samstagabend, 20 Uhr oder 19.30 Uhr, Anpfiff, Spiel ausverkauft. Und das war von einem recht berühmten Musical die Eröffnungsshow. Das heißt, da war wochenlang Werbung. Da wurden die Tickets gekauft. Die Leute haben sich die Tickets verschenkt. Und dann ist wirklich zehn Minuten vor Beginn der Vorführung Feueralarm. Und wir mussten das kontrollieren mit bestätigtem Brandgeruch im Gebäude. Und dann wirklich auf der Rasierklinge entscheiden lassen, lassen wir die Leute drin. Es ging um mehrere tausend Zuschauer. Können wir das verantworten? Und dann war auch ganz klarer Zeitplan. Wir kontrollieren das bis dann, weil wenn wir bis zur ersten Pause der Vorführung nicht die Informationen haben, die wir brauchen, dann wird es zu unsicher und dann wird nach der Pause abgebrochen. Das war recht schnell besprochen. Backstage war uns das allen klar und mit den Verantwortlichen des Veranstalters. Aber das ist wirklich die Mischung aus allem, weil das ist Publikum, das ist Crunch Time. Die Künstler voll im Fokus, schon voll im Tunnel vorbereitet mit allen Outfits, die sie brauchen für die Aufführung. Und da dann einfach das Ding so durchzuziehen, dass es passt, dass man auf der Rasierklinge auch wirklich sich bewegt. Das wäre einfach gewesen, zu sagen, ja, alle mehrere tausend Leute raus, wir kontrollieren das und vielleicht könnt ihr heute noch anfangen, vielleicht nicht. Kann man machen, braucht es vielleicht in mancher Situation, auch in dieser spezifischen Situation, haben wir uns für den Weg entschieden, wie er beschrieben ist. Und das muss man dann einfach, aber ganz eng kontrollieren, weil das kann natürlich ganz schnell nach hinten losgehen und dessen muss man sich bewusst sein. Sie beschreiben auch, wie sich die Feuerwehrarbeit im Laufe der Zeit geändert hat. Können Sie das einmal ein bisschen zusammenfassen, was jetzt sozusagen die Neuerungen sind, die Sie da beschreiben? Ja, also es ist wie auf der ganzen Welt, aber wir hatten selten Phasen, wo auch die Feuerwehr vor so vielen neuen Herausforderungen, das heißt technologisch, nennen wir die Elektromobilität, nennen wir die Holzfaserverbundstoffe, Dämmstoffe, die jetzt flächendeckend eingebaut werden, mit völlig neuem Brandverhalten. Lehmstroh hat man gekannt schon vor über 100 Jahren, das kennt man auch bei alten Gebäuden, wenn man da Brände hat, aber die sind natürlich nicht so imprägniert, wie die heutigen Hochleistungsdämmstoffe, möchte ich es mal nennen, die super Vorteile haben von der Isolierung und Energiebedarfe von Gebäuden. Für uns einfach eine neue Herausforderung und wir müssen wissen, dass wir schnellstmöglich Schneisen in einem Gebäude aufsägen müssen, die Sachen ausbauen, um dieses Klimmverhalten zu stoppen und da gilt es nicht zu jammern oder zu sagen, das ist gut oder schlecht, diese Null- oder Eins-Denke, sondern das ist Technologiewandel, hier beim Bereich Baustoffe, bei der Elektromobilität dasselbe und wenn wir in die 90er Jahre denken, der erste Airbag in einem Fahrzeug, das war der Wahnsinn, da wurden also schlimmste Geschichten befürchtet und wie viele Einsatzkräfte sterben werden, was aber normal ist, es ist einfach Veränderung, der Mensch mag Veränderung nicht, deswegen muss man sie aus meiner Sicht strukturiert begleiten und dann kann man das so gezielt machen, ähnlich wie wir es bei der Elektromobilität gemacht haben, wir da erst Risikoeinschätzung als fast noch kein Elektrofahrzeug gab, dann haben die Statistiken alle Einschätzungen nahezu bestätigt, dann die Fachempfehlung, sodass einheitlich die Feuerwehren wissen, was zu tun ist, das Wasser nach wie vor zum Löschen reicht und das ist für mich ganz wichtig, da nach vorne zu blicken und zu begleiten an den Technologiewandel, weil er hilft uns im Alltag in unterschiedlichsten Facetten und die zweite Seite ist ja das Digitale, das ist einfach in der Einsatzführung anders, weil die Geschichte habe ich auch eingebaut mit meiner liebsten Schwiegermutter, den Begriff darf ich hier so nehmen, die damals im Riesenrad in München der Oktoberfest gefahren sind, als der berühmte schlimme Anschlag war und dann hat man gesehen, oh, viele Blaulichter wird schon nichts Großes passiert sein oder doch, aber da war kein Informationsfluss in Sekundengeschwindigkeit wie heute. Und erst am nächsten Tag kamen dann langsam die Informationen. Heute, Einsatzlage kritisch oder auch unkritisch, wir auch einsetzen, sofort live in verschiedensten Medien mit unterschiedlichsten Zielgruppen und das muss jedem bewusst sein. Und ich hatte selber auch schon Einsätze an der Schule mal, wo der aufgrund der hohen Brisanz mit Kindern betroffen, den ich den Pressesprecher schnell kommen lasse, der war wenige Minuten später da, nimmt sein Handy vom Ohr und sagt, ja, das war gerade eine der großen Presseagenturen, aber nicht aus unserer Stadt, sondern irgendwo in Deutschland. Wir wissen nicht, wie schnell, warum dort die Infos so hingekommen sind. Letztendlich war alles gut, aber der Informationsfluss in der Bevölkerung wie auch in den Medien ist so enorm schnell und das kann man jetzt wieder bejammern. Ich sage, wir müssen es wissen, wie es funktioniert, was die Mechanismen sind und dann müssen wir einfach gleiche Spielregeln für alle fahren. Auch da wieder der sportliche Gedanke und dann ist es auch machbar, aber ich muss anders arbeiten wie noch vor 20, 30 Jahren, aber das ist, glaube ich, in fast jedem Job heutzutage so. Stellen Sie denn auch in der Gesellschaft eine veränderte Stimmung fest? Man liest ja in den letzten Monaten oder auch Jahren immer wieder von Angriffen auf Einsatzkräfte, auch auf die Feuerwehr. Kriegen Sie das mit von Kollegen? Ist vielleicht das Klima auf der Straße einfach auch rauer geworden? Also grundsätzlich hat sich natürlich das Klima verändert. Die Gesellschaft ist sehr, sehr serviceaffin, bedeutet, man drückt auf den Knopf, erwartet, dass jemand kommt. Der Rettungsdienst hat seit Jahren, fast schon Jahrzehnten, steigende Einsatzzahlen. Das hat für unterschiedliche Faktoren im Feuerwehrbereich ähnlich, aber der Servicegedanke und teilweise schon auch die Respektlosigkeit, wo es früher hieß, ich brauche euch nicht, ich kriege das selber hin oder ich habe noch da was und ich kann noch mithelfen, das ist schon in Teilen stark verloren gegangen. Das ist auf den Dörfern hier in der ländlichen Prägung im Badischen oder auf dem Land noch deutlich besser, aber auch da haben wir Einsätze wie Türöffnungen, weil Personen dahinter vermisst sind oder gestürzt sind und sich selbst nicht helfen können. Aus meiner Kindheit gesprochen kenne ich das nicht. Da hat jeder einen Schlüssel vom Anderen gehabt, wusste, wer wo hinten vorne reingeht, egal ob landwirtschaftliches Anwesen oder Mehrfamilienhaus, aber diese Anonymität in der Gesellschaft kommt von den Großstädten langsam auf die Dörfer und das ist einfach eine Entwicklung, die nicht gut ist aus meiner Sicht, sondern das Zusammenhalten auch im Alltag, auch die Zeit füreinander zu haben, um zu kennen, wo wer welche Hilfe vielleicht vom Anderen benötigt oder gebrauchen könnte. Das sollte wieder viel, viel mehr werden, weil es kann so nichts weitergehen und wir könnten es. Wir haben alles, wir können es, wir müssen es noch machen. Es gibt ja Menschen, die treffen hauptberufliche Entscheidungen, zum Beispiel Führungskräfte in Unternehmen. Würden Sie Chefs vorschlagen, mal ein Praktikum bei der Feuerwehr zu machen? Also das ist mit ein Grund, warum das Buch entstanden ist, weil so viele Chefs oder Führungskräfte oder Gründer zu mir gesagt haben, Mensch, halt es doch mal fest, wenn ich dich da auf der Feuerwache besuche oder wenn du da erzählst, im geschäftlichen Umfeld oder im Privaten, da kann ich so viel mitnehmen und daher kann ich nur klares Ja sagen, denn diese Strukturiertheit, die klaren Teamrollen, es ist ja nur logisch, dass wenn der Fahrer von einem Löschfahrzeug die Pumpe nicht beherrscht und dort kein Wasser aktivieren kann, dass innen im Gebäude, die, die im Rauch sitzen, in der Hitze, die Menschen retten sollen, nicht löschen können und löschen müssen, um Menschenleben zu retten oder die Temperatur runterzukühlen, abhängig sind und gleichzeitig kann derjenige oder diejenige an der Pumpe nicht mehr machen im Rauch, weil die Rolle ist, Pumpe, und die muss jetzt funktionieren, damit im Innenangriff Menschen gerettet werden können und diese Abhängigkeit, Zusammenspiel liegt auf der Hand, das versteht sofort jeder und ich behaupte, in den meisten Rollen im Unternehmen ist es nicht viel anders, es kommt nur nicht so klar raus und dadurch entstehen dann Verschiebungen und Überlappungen und Diskussionen, die mega viel Zeit kosten und eigentlich nicht notwendig werden, wäre so ein hohes Rollen- und Funktionsbewusstsein da, wie wir es im Einsatz einfach machen müssen, sonst könnten wir nicht so schnell arbeiten, Menschen retten und entscheiden, wie wir es je nach Situation einfach müssen. Jetzt arbeiten Sie im Regierungspräsidium Freiburg, haben da alle Ihre effiziente Entscheidungsmethode schon verinnerlicht? Das sind wir wirklich auf einem extrem guten Weg und ich bin in ein Wahnsinns-Team gekommen, das ist wirklich beeindruckend, wie man in einer Behörde so offen arbeiten kann und auch so effektiv und effizient, das ist, ich habe gewusst, dass das ein starkes Team ist, sonst hätte ich damals mich nicht beworben und dass das eine tolle Entwicklung ist, wie man sich das jetzt aus Bürgersicht vorstellt. Dass es so gut ist, war mir nicht bewusst, aber das freut mich umso mehr, weil ich gehe wirklich jeden Tag da lachend ins Gebäude oder von zu Hause, auch das, es ist völlig moderne, zeitgemäßes Arbeiten und daher macht das richtig, richtig Spaß. und es gibt nichts, was so gut ist, wie dass man es nicht verbessern kann, aber das gilt überall und für jedes und daher Schritt für Schritt gehen wir auch da die Wege, die es zu gehen gilt. Gerade wenn es um Ämter und Behörden geht, hört man ja immer wieder Klagen, die Kompetenzen sind unklar, die Prozesse sind ineffizient. Braucht es also einen neuen Mut zur Entscheidung? Aus meiner Sicht brauchen wir ihn überall. Wir brauchen ihn in der Wirtschaft, wir brauchen ihn teilweise zu Hause, um selber für sich Entscheidungen zu treffen und wir brauchen ihn in den Behörden, um die Abläufe wieder dorthin zu bekommen, wo wir schneller entscheiden können, weil der Investitionsstau und die Zusatzkosten, die entstehen, weil Behörden teilweise nicht schnell genug entscheiden können aufgrund der massiven Komplexität, die inzwischen aufgebaut ist durch die unterschiedlichen Spielregeln, die ineinander greifen, je nach Bereich, das ist schon beeindruckend positiv formuliert und daher führt eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn wir uns so weiterentwickeln und immer das Nächste noch komplizierter und noch sicherer und noch feiner ausarbeiten, dann wird irgendwann das System zum Stehen kommen müssen und dass wir langsamer werden, immer mehr Geld in Kleinigkeiten stecken oder mehr Investitionen brauchen, um kleinere Schritte zu machen, kennt jeder, aber es kann auch jeder, finde ich, seinen Beitrag dazu leisten in der Rolle, Funktion, in der er tätig ist, egal ob privatwirtschaftlich oder behördlich. Das Motto, das du das Buch trägst, ist volle Pulle, ganz gemütlich, Sie haben es auch schon mal angesprochen. Das klingt sehr schön und man nimmt sie natürlich auch ab, wenn man das Buch liest und ihre Vita ein bisschen kennt, aber für mich zum Beispiel klingt das schwierig, also kommt das mit der Routine, kommt das mit der Erfahrung oder kann man das irgendwie trainieren? Das ist eigentlich das Zitat von meinem alten Team in der Einsatzplanung noch zu Münchner Zeiten und dann hat sich irgendwie dieser Spruch so eingebrannt. Man kann das trainieren und wenn man die Methodik in Ruhe durchgeht, beim ersten Mal ist es noch komisch, beim zweiten Mal ruckelt es ein bisschen, beim dritten Mal läuft es schon flüssig durch und diese Schnelligkeit, wie schnell man dann für sich auch Informationen aufbereiten oder entscheidungsreif machen kann. Ich kann es noch jedem ans Herz legen, mir ging das, ich habe nie gedacht vor zehn Jahren, 15 Jahren zu Beginn meiner Feuerwehr und Rettungsdienstzeit, dass man so arbeiten kann oder dass man Prognosen schaffen kann für Einsatzsituationen. Einsatzsituationen kommt und dann muss man schauen irgendwie, aber dass ich während sie kommt schon über sie hinweg quasi die Prognosen stellen kann, um die Maßnahmen schneller einzuleiten und nicht eins nach dem anderen zu machen, sondern die Komplexität zu entflächten, den Knoten quasi schon zu lösen, bevor er kommt. Das hätte ich vor zehn Jahren mit dem Kopf geschüttelt. Aber es funktioniert, es geht und es geht in unterschiedlichsten Dimensionen von Einsatzsituationen, aber genauso in Lebenssituationen. Das heißt, wenn uns jetzt jemand zuhört, der gerade vor einer großen Entscheidung steht, was würden Sie der Person als Wichtigstes raten? in Ruhe die Methodik durchzulaufen und die muss nicht in acht Minuten fertig sein. Acht Minuten ist das hochtrainierte System unter Einsatzbedingungen mit Leuten, die gemeinsam das trainiert haben und die Abläufe in- und auswendig kennen. Ich kann das in Ruhe die Problemanalyse machen, was für Themen spielen denn überall mit rein zu meiner Fragestellung, die ich habe. Dann was will ich denn wirklich? Ein, zwei, maximal drei Punkte, weil das sind die entscheidenden und was will ich denn nicht? Und nicht das Gegenteil von den Zielen, sondern was grenze ich einfach aus? Und wenn ich da auch wieder zwei, drei Punkte habe und das ist wirklich schwierig regelmäßig, dann ist der Zeitstrahl und die Prognose extrem schnell gemacht und dann kann ich auch eine Nacht oder zwei drüber schlafen oder auch einfach mal drei Wochen unter das Kopfkissen legen und dann wieder rausziehen, je nach Entscheidung und Dimension. Ich muss nicht alles in acht Minuten entscheiden, das ist klar. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. »Inhaltека«« Andapsydbaden, »Inhalt 껍chen记«,